Einen wunderschönen Samstagabend und da wird ein herzliches Wake Up, Wake Up to the Life of Splash. Ich, meine Freunde, mache mich jetzt auf den Weg in Richtung Paderborn, denn dort spielt die alte Dame, Geneste Paderborn und die Gang ist mit dabei. Und eine Person, der No-Hand Gaming, Benji, heute in einer ganz ungewohnten Rolle. Fahr doch, Maaannnnnnn! Ich dachte ja, der Gerät wird müde, ne? Aber wird der müde? Der Gerät ist heute stumpf, Messer stumpf. Ah, schneiden die mit Händen? Ja. Wir machen aber Rot und Weißkohl. Rot und Weißkohl, ja, kommen beides, oder? Ciao. Oh, rein. Bei Saison, bei euch, bitte schön, hallo. Wo sind wir hier? Saitin und Saitin? Bei Wolfsburg irgendwo hat mir der Danny empfohlen, Herr Zahner, aus dieser Nähe hier, keine Ahnung, wie die hier landen, schon ein bisschen weit von Berlin, kommt wieder zurück. Nein, Spaß, ist eh voll, reicht, bleibt da. Beim Essen will ich mich nicht filmen, ihr wisst, Fastenzeit läuft noch, aber ich sag, wie er war. Wir fahren hier hin nach Paderborn und dabei gucken die anderen da, das ist ja wirklich toll. Einen, den ich auf dem Laufen bin, was da passiert? Ja, du guckst natürlich auf die Straße. Aber wir sind im Stau. Wir sind im Stau. Alles normaler, gibt es zwei Matchstarts für Gervin Price. Er macht ihn. Ja. Er macht ihn direkt. Er macht ihn auf Doppelzehn. Du hast kein Freelick. Ein Lister aus. Und die Doppelzehn ist es... Ah boh, Gervin Price. Und wo Price dann am Ende doch auch recht hat, sonst müssen wir uns zugestehen. Für dich. Die Home Deluxe Arena wird übernommen von Spreeordainern. Die Geschiss. War doch, das war ja großartig. Das war ja gerade C jedes Mal. Der Navigationsgerät sagt, in 200 Meter nach rechts bitte abbiegen. Wir haben das. Alter, Alter, schaut euch das an. Die ganze Stadt hat sich versammelt hier. Da müsst ihr nicht arbeiten. Müsst ihr nicht arbeiten. So, es regnet aus allen, aus allen Ährchen regnet es gerade irgendeine Scheiße. Stevie McWonder, was ist dein Tipp? Schnell. Boah, 3.0 Härter. Was sagst du, Niklas? Was ist dein Tipp? 2.1 Härter. Du? 3.1 Härter. 3.1 Härter. Ich sage, knackig, locker, flockig. 5.1, let's go. Ey, es ist extrem knapp. Es geht gleich los, die Scheiße. Wir sind 20 Minuten gefühlt vor dem Spiel erst hier. Ich übergebe jetzt an Dennis, weil der fehlt drin in das Spiel. Ich bin zu brauten, schreien, alles rauslassen. Und dann hören wir uns wieder nach dem Spiel auf. Das nächste Spiel war ein Spiel. Und wir wollen heute alles dafür geben. Von den Gründen, die wir das immer tun. Unsere Mannschaft zu sagen, wir stehen hinter Ihnen. Und das ist gut, die wir jetzt am Anfang. Ja, 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 ja. Mit einem Donner in der Maus für den Letzten von der Wohnung. Ja, also haben wir damals reden. Ja, ja. Und dann haben wir auch nicht hier. Ich��뉴, das ganze Spiel ist echt hoch. Und dann haben wir den Wahid. Und dann bleiben wir und sagen wir uns leaden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Torfing für die Gäste, danke. 15 Verspügel-Runde, Vorschubs-Siegel, das war sehr, 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 sehr. Aus! Hier kommt der Tag, Schalt und Seriöse, die Köln ist am Lohen, denn heils auch wollen wir uns gewinnen. Ja! Ja! Los! Ja! 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 die ja 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 Hey, das Krasse ist ja, dass die einfach nicht mal verwandt sind oder so, ne? Wie? Die haben die ja, die sind nicht Vater und Sohn oder so. Tattest du immer, dass es ja Vater und Sohn? Natürlich. Nein, das sind einfach so zwei verschiedene Leute, die die so zusammengepackt haben. Nein! Doch! Das ist ein schöner Side-Fact für den Vlog. Ich will nach Hause. Diese Baustelle, ich kenne dich gar nicht. Seit wann ist diese mittlere Spur gesperrt? Ich nutze mal das LKW-Licht kurz. Ich melde mich zu Hause wieder. So Freunde, da sind wir wieder. Back at home. Was für eine Häuser. Boah. Das hat richtig gebockt. Vor allem, nachdem wir das Spiel gedreht haben, Alter. Also, ich sag ehrlich, bis zum 2-2. Semi. Das ist auch wirklich Tag und Nacht härter. Sogar mitten im Spiel Tag und Nacht, Digga. 45 Minuten, die kamen gar nicht klar. Irgendwo schießen wir auch dieses Tor. Kein Plan, wie das überhaupt. Wie sind die überhaupt zum Torschuss gekommen? Wirklich. Wir haben sonst nichts hinbekommen in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit. Digga. Nachdem wir 2-1 kassiert haben, ab der gefühlt 85. Minute oder so. Da fangen die an, Fußball zu spielen. 80. Minute. Da fangen die an, Fußball zu spielen. So richtig gut. Aber auf einmal so richtig passstaffetten. Ivo Maser, als es da reinkam auch vorne. Das hat so geholfen. Boah. Also, der Pass auf Kenny. Von unserem Winkel aus haben wir auch gesehen, dass das Tor nicht im Haus war gefühlt. Ich habe gar nicht gecheckt, wie der das so denken konnte. Aber es wird bestimmt viel enger gewesen sein, als ich das in dem Moment gesehen habe. Von meinem Dreckswinkel aus. Ja, ich bin immer nur todesglücklich, dass wir gewonnen haben. Und wie glücklich wir wenigstens nach Hause fahren konnten. Weil die Fahrt war schon wieder... Man sieht es so im Auto, man denkt so, ich fahre schon wieder 5 Stunden nach Hause, Digga. Crazy. Ich habe ja nur schlafen. Aber es macht dann... Also wirklich... Jedes Tor, was Hertha schießt, ist die pure Ekstase. Vor allem, wenn es um was geht. Also, ne, wenn es jetzt nicht ein 4-1 oder so ist. Muss man auch Gott sei Dank sagen, ist in der zweiten Liga ja zum Glück seltener. Man fällt oft 1-0 zurück oder so. Oder hart gefühlt und ist auf einmal hinten. Aber man ist in jedem Game gefühlt noch so... Man hat Hoffnung. Genauso wie gegen Nürnberg. Irgendwie so... Stand 3-1. Irgendwann hat Hoffnung. 3-2, jetzt kommt sofort. Boah. Wir können uns doch drehen. Naja, freue ich mich für Tabakowitsch, dass der wieder getroffen hat. 3-2, richtig... Pure Ausrastung. Wirklich komplett. Eskalation. Und gebe ich auch den Paderbornern, ja. Unverdient. Unverdienter Sieg. Aber ist mir scheißegal. Also unverdient auch, ne. Wenn man die Ecken betrachtet. Auch die erste Halbzeit hatten die drei Dinge an die Latte. Aber so ist der Fußball, ne. Die Drohne muss ins Ecke.